Und Menschen, die hassten, im Kampf gegen die Bewohner dieses friedlichen Dorfes, das jetzt tief unter dem Stausee begraben liegt. Menschen im Kampf der Technik gegen die Naturgewalten, gegen Unverstand, Hass und Eifersucht, gegen den Berg und gegen den Wald. Waldrausch, ein packender Film nach dem berühmten Roman von Ludwig Ganghofer, schildert diesen Zusammenfall von Mensch und Natur. Wer hat euch das erlaubt? Der Ingenieur. Der Grund gehört mir. Der Damm wird nicht gebaut. Ich werde es verhindern. Eigentlich ist immer irgendetwas los. Krante, Umstanzler, Materialfehler, ein Arbeiter, der sich verletzt hat. Waldrausch, der Wald blüht und Blütenstaub erfüllt die Luft. Über die Menschen kommt eine seltsame Erregung. Mehr als beim stärksten Föhn werden sie gereizt, angriffslustig, unberechenbar und geraten, wie im Rausch, von Sinnen. Wie lange kann denn dieser, dieser Dreck noch dauern? Das ist kein Dreck, das ist Blütenstaub. Sie müssen halt denken, der Wald hat einen Rausch, eine Art Liebesrausch. Soll ja auch beim Menschen vorkommen. Was willst du damit sagen? Dass du Weiber auf deine Bude schleppst. Ich bin kein Kind mehr. Du scheinst zu vergessen, dass ich verheiratet bin. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Wer ist da? Warum ist das besonders nett? Weil Sie einen Beruf haben. Gestatten Sie. Vielleicht wird doch noch was aus uns beiden. Weiß nicht. Ist eh einer wie der andere. Ich möchte nach Hause. Zu dir. Ich fürchte, es ist zu spät, Boris. Ich habe mich verliebt. Angst. Was passiert? Jemand verletzt? Dann kann ich dir mal sein Schell hineiten. Das ist ein Schell. Mein Mann ist schwer verunglückt. Ich muss dringend zu ihm fahren. Was steht hier noch herum? Wollt ihr alle saufen? Waldrausch, einer der schönsten Romane Ludwig Ganghofers. Dramatisches Geschehen, prachtvolle Landschaftsaufnahmen in einem Film für alle, die die Natur lieben. Waldrausch. Ein Film von Paul May mit Marianne Holt, Gerhard Riedmann, Ingeborg Schöner, Sika Drup, dem kleinen Peter Teufel und Paul Hartmann. Ein Film, den sie nicht versäumen sollten. Ich sehe noch nicht dazu, was ich mir immer auf einen Film vor Vielen Dank.